Erlangen nimmt Revanche und gewinnt 14-13 bei den Hofjokers, für deren Trainer die erste Niederlage eine unnötige ist. Was er nach der Partie gegenüber den Spielern auch klar anspricht, von denen sich der ein oder andere dann schon etwas auf den Schlips getreten fühlt. Ich muss das ja noch abhaken. Du kannst es ja nicht bis zum St. Himmerleins-Tagsjahr spielen mit dir rumtragen. Man spricht vielleicht heute oder beim nächsten Training über diese Geschichte. Und dann ist es auch gut, da muss man auch einen Haken dran machen, weil sonst zieht ich das runter und versau dir die Saison. Dieses eine Spiel. Und es war ja nur ein Spiel. Wir haben fünf gewonnen. Und kann auch schon wieder lachen. Klar, bei den Jokers ist alles im grünen, oder besser gesagt, violetten Bereich. Wir schauen aufs Spiel, dessen erste zwei Viertel von den Defensiven geprägt ist. Die der Jokers ist auch in der Bayern-Liga die Beste, die die am besten zupackt. Wo es etwas hakt, das ist die Offense, wo es zwar gefälliger, nehmen wir als Beispiel diesen Pass auf Tobias Tröger. Doch wenn sie die Sharks an die Endzone gedrückt haben, dann funktioniert es mit der Brechstange nicht. Erlangen einige Male mit Interception, kann also die Bälle der Jokers abfangen. Zwar auch kein Kapital draus schlagen, aber die Hofer-Coaches sind am Grübeln, wie sie die Gäste denn diesmal knacken können. Ein Ansatz dann im dritten Quarter. Gunnar Knöckel fängt den Pass von Nicola Bilodell kurz vor der 20-Jarts-Linie. Schaltet runter, drückt aufs Gas und stopft dann erst in der Endzone. Touchdown, sechs Punkte. Nicht unverdient die Jokers-Führung. Und Johannes Wellner holt mit dem Field-Goal noch den Extrapunkt zum 7-0. Das jedoch ein Spielzug, den die Jokers teuer bezahlen. Marcel Brömmer hat sich böse verletzt. Schienbein, wie er selbst noch sagt, hat große Schmerzen. Und dann geht's nach Erstversorgung mit dem Sanker ins Krankenhaus. Wahrscheinlich out of season. Werd schnell wieder gesund, Marcel. Den Jokers hat die längere Unterbrechung nicht gut getan. An viele einfache Fehler jetzt, wie hier beim Versuch des Punts. Aber auch so ist Hof jetzt von der Rolle Erlangen mit diesem feinen Pass zum Touchdown. Und weil sie den Ball dann zugegebenermaßen sehenswert nochmal in die Endzone tragen. Two-Point-Conversion, also zwei Bonuspunkte. Führung für die Sharps. Und dann gleich noch ein Touchdown. 7 zu 14. Dann war bei uns die Aufregung, das ganze Spiel viel zu groß über Schiedsrichterentscheidungen und Coachesentscheidungen. Und man hat sich da mehr mit solchen Dingen beschäftigt. Und das ist natürlich schlecht, weil genau in diesem Moment musst du total fokussiert sein. Ja, da ist er schon etwas angefressen, der Trainer. Seine Mannschaft kommt aber nochmal zurück. Der weite Pass in die Endzone. Tobias Tröger fängt das Ding. 13-14. Jetzt viert Goal zum Ausgleich oder Versuch auf zwei Punkte. Das ist so eine Art Gewinnermentalität. Also wenn, dann willst du hier gewinnen und willst gar unentschieden spielen. Klare Ansage. Auch wenn dieser Versuch schief geht und die Jokers am Ende knapp verlieren. Den direkten Vergleich mit Erlangen, den haben sie gewonnen. Und den Staffelsieg somit nach wie vor in der eigenen Hand.